Ich will erklären, wie man die Frequenz eines Tones berechnet, wenn man so eine Panflöte anbläst. Und ich habe hier die App vom Herrn Fendt und so schaut sowas aus. Ich finde die Panflöte interessant, die ist an der Stelle zu und an der Stelle offen. Die beiden Fälle möchte ich anschauen, mal zu, mal offen. Also bei mir ist jetzt immer in diesem Video, mache ich so, da ist immer die Länge von dem Rohr soll immer 12 cm sein, das ist eine schöne Zahl und dann mache ich am Anfang beidseitig geschlossen, auch wenn es keine Panflöte gibt, mit beidseitig geschlossen und dann erst einseitig offen und dann zweiseitig offen, so hintereinander, weil es so leichter ist und dann auch erst die Grundschwingung, dann die erste Oberschwingung und so weiter. Also ich starte jetzt mit 12 cm beidseitig geschlossen, das ist genau, was man hier bei der App sieht, und die Grundschwingung. Also ich habe so als Skizze, ich habe hier sowas Geschlossenes und da drin schwingt dann, kann man die Schwingung so symbolisieren. Ich mag die App, weil oben die Punkte, so schwingt die Luft, die schwingt eigentlich longitudinal. Dieses Symbol meint nur die Geschwindigkeit. Gut, eine Wellenlänge Lambda, das ist immer so ein Sinus, das ist immer sowas. Das ist ein ganzes Lambda. Gut, und jetzt habe ich hier 12 cm. 12 cm. Naja, und da ist ja, wenn man sich das anschaut, da ist eigentlich nur so ein halbes Lambda drin. Das heißt, ich kann jetzt also sagen, ein halbes Lambda ist 12 cm. Und damit ist Lambda gleich 24 cm, das ist 0,24 m. Das kann ich aus dieser Situation mir erschließen. Und es gibt eine wichtige Formel, c ist Lambda f, also c ist die Geschwindigkeit. Und das löse ich auch nach der Frequenz. Die Frequenz ist also c durch Lambda und das ist die Schallgeschwindigkeit. Ich habe hier mit Schall zu tun. Die ändert sich immer nach Luftdruck und Temperatur. Ich nehme mal 343 m pro Sekunde verschiedene Bücher, verschiedene Schallgeschwindigkeiten. Und wenn ich das hier eintippe, dann bekomme ich ungefähr f gleich 1,4 Kilohertz, also 1400 Hertz. Ein Hertz ist ja Hertz gleich 1 durch Sekunde. Genau. Das ist schon das erste Ergebnis. Und in dieser App sieht man das auch, die 1400 irgendwas Hertz. Nächstes Beispiel. Ich gehe jetzt höher. Ich habe immer noch beidseitig geschlossen, aber die erste Oberschwingung. Also die Luft kann da nicht beliebig schwingen, aber kann in der Grundschwingung schwingen oder mit einem Knoten, also in der ersten Oberschwingung. Naja, also das ist jetzt ein Lambda. Ist in dem Fall fast schon zu einfach, weil hier ist einfach Lambda gleich 12 cm. Also 0,12 m und dann wieder einsetzen. F gleich C durch Lambda, fertig. Dann kommen die hier raus. Ein bisschen spannender ist die nächste. Höher, zwei Knoten. Also, also wieder so ein Block. Gleich kommt dann einseitig offen und so. Ja, aber jetzt erst mal das. Und dann habe ich hier so eine Schwingung, 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 Schwingung. Und das Lambda ist ja dieser Teil. Und dann kann ich mir das schon so vorstellen. Ich kann das hier so in drei Teile einteilen. Ja, und das Ganze sind 12 cm, 12 cm. Und ja, wenn ich 12 cm mal 2 Drittel nehme. Also 2 Drittel mal 12 cm gleich Lambda. Und damit ist Lambda gleich 8 cm. Also Lambda gleich 0,08 m und die Formel ist wieder nicht, dass da F gleich C durch Lambda, 8 cm und dann kommt das raus. Jetzt werden wir mal einseitig offen. Einfach da hinklicken und wieder in die Grundschwingung. Tiefer, tiefer. Das ist die Grundschwingung. Einseitig offen. Ich habe also wirklich eine echte Panflöte. Und in der Grundschwingung, die schwingt wirklich so. Und dann ist sie also da, wo es geschlossen ist, da ist immer so zu. Und da, wo es offen ist, ist offen. So, wo ist hier das Lambda? Also ein Lambda ist ja immer so ein ganzes Ding. Und was ich jetzt hier so habe, das ist das da. Ja, und dann weiß ich, also das ist ja wenigstens so ein Teil, das, 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 das. Also so ein Viertel von dem Lambda. Also ein Viertel Lambda gleich 0,12 m. Und damit kenne ich jetzt mein Lambda in der Grundschwingung. Lambda ist 4 mal 0,12, das ist 0,48 m. Der Ton ist tiefer, Lambda ist größer. Und das jetzt wieder einsetzen. C ist, nicht C, ich will die Frequenz. So, also ich schreibe es nochmal hin. C ist Lambda F. F gleich C durch Lambda. Und dann bekomme ich 716 Hertz raus. Für die C wieder die 343 und so weiter. Und jetzt höher. So, Oberschwingung. Nächstes. Da habe ich jetzt also wieder einseitig offen. Und es gibt einen Knoten. Und ja, da wo es offen ist, ist immer so offen. Gut. Also Lambda wäre ja so ein Ding. Also und dann habe ich jetzt, und das kann ich jetzt so in Gedanken einteilen, in, ja, hier so vier Teile. Ja, also ich nehme jetzt von dem ganzen Lambda, also ich habe jetzt hier so ein Lambda und davon nehme ich jetzt drei Viertel. Drei Viertel mal Lambda und dann habe ich 0,12 m. Also diese Länge, diese 12 cm sind kein Lambda, sondern drei Viertel von dem Lambda. Und dann komme ich auf ein Lambda gleich 0,16 m und wieder einsetzen und fertig. Und so kann ich weiterspielen. Höhe, dann habe ich jetzt zwei Knoten. Das mache ich jetzt auch nochmal, wer immer noch dabei ist. Vielleicht macht es so, so. Also zwei Knoten. Und hier wieder offen. Ja, so. Und ein Lambda ist das. Und jetzt teile ich es mir wieder irgendwie so ein. Ja, genau. Also die, dieses Lambda, ich habe hier in 1, 2, 3, 4, 5 Teile geteilt. Okay. Und Lambda gleich 4 von den 5, 4 Fünftel von den 12 cm. Ja, einsetzen, ausrechnen, fertig. Und jetzt nochmal beidseitig offen. Beidseitig offen und tiefer, tiefer. Das ist die, nochmal tiefer, das ist die Grundschwingung. Also beidseitig offen, dann schwingt es da so, so offen. So, jo, und jo. Und jetzt, was ist ein Lambda? Ein Lambda ist wieder so das ganze Ding. Und was habe ich? Ich habe hier das da. Und das teile ich mir jetzt wieder so irgendwie so ein. Ja, in vier Teile. 1, 2, 3, 4. Und zwei davon sind meine 12 cm. Also die Hälfte. Also zwei Viertel oder ein Halbes. Also ein Halbes Lambda gleich 12 cm. Also hier ist das Lambda wieder 24 cm. 0,24 m. Nice, dass ich gehöre. Und ich habe jetzt hier zwei, ja genau, also zwei Knoten. Knoten, Knoten, offen. Also offen, Knoten, offen, offen, Knoten, offen. Gut. Wie ist das? Also ein Lambda ist so das ganze Ding. Und was habe ich hier? Also ich fange erst hier an, aber dann kommt hier noch was dazu. Sieht man das? Also ich habe hier sowas. Naja, das ist auch ein Lambda. Also das ist hier die 12 cm. 12 cm. Die sind so ein. Das schaut auch aus wie so ein Kus. Ja, beginnt hier oben, geht runter. Das ist also ein ganzes Lambda. 12 cm gleich ein Lambda. Fertig. Ich kann mir das hier so vorstellen. Ja, ich teile es hier so wieder so ein. Genau. Und das Teil tue ich da drüben dran. Boah. Nächstes. Letztes, oder? Nochmal höher. Boah. Was haben wir denn da? Ähm. So. Drei Knoten. Eins. Zwei. Drei. Und. Offen. Und. Und. Das hier ist ein Lambda. Und ich teile das jetzt ein in so Teile. So, 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 so. Genau. Hier ein bisschen wegradieren, oder? Dass das ein bisschen sauberer ist. Ja. Genau. Und ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile. Ja, 6 Teile. Und wie viel? Vier Sechstel. Sind Lambda. Ja. Vier Sechstel mal 0,12 Meter gleich Lambda. Ja, also zwei Drittel davon. Also wieder die 8 cm. Das ist ähnlich wie bei dem, was man vorher hatten, bei zweiseitig geschlossen. Ja, und so läuft es. Ich empfehle die App. Ich empfehle es ein bisschen durchzurechnen.